hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge resident evil 4 das remake auf der ps5 mein name ist michael und wir spielen weiter klar natürlich wo wir aufgehört haben ich schau jetzt noch mal auf dem händler was kaufen können oder kaufen das mache ich aber alles später wir warten erst mal ab ich glaube man lässt es noch nicht auch doch mal ich kann die welcher verkaufen ob robine oder ramsch es macht keinen unterschied die fisch verkaufen wir entscheiden was es uns wert ist obwohl ich kannst du auch als links nehmen als dann verkaufen wir zwei fische und das lassen wir erstmal stirbt mir da draußen nicht weil ich kann man auch obwohl ich habe vier stück davon den fischer auch noch weg eine freude mit dir geschäft kommen ja so dann schauen wir mal wie wir wo wir nochmal lang müssen ich habe aufgehört ich glaube ich habe genau diese köpfe geholt als letztes und ich glaube ich muss hier unten hin und sie noch einsetzen genau genau und zwar ja da war das jetzt hier ja war doch hier oder ja da muss die genau da sind die beiden hände und dann kriege ich den schlüssel und dann schlüssel für die kirche ja reden wir später ich mache mich auch konnte war ein ende ja mir fehlt auch hier so eine schublade schlüssel hier zum beispiel kann ich nicht aufmachen ja was soll ich machen weil sonst war hier auch nirgendwo mit dem schlüssel einzusetzen ich habe nämlich noch zwei schlüssel genau hier kann ich noch genau schublade da war das hier war nichts mehr hier unten ich habe ich habe Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Häuser sind auf einmal auf. Die waren vorher zu gewesen. Oh shit, was ist hier los? Oh. Oho. Oh, jetzt kommt der da raus, ne? Ja, ich wusste es. Ah, du Scheiße! Verdammt, bist du ein großer Junge. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was ist das? Was ist das? Oh Oh Okay. Okay. Autsch. Ja, mal rund. Lass den mal in Ruhe. War's das? Ja, das war's. Scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefmarke geendet. Hm. Okay. Okay war Diamant. Ja, ja, Moment. Nee, nicht die Hütte. Danke, Koppel. Hm, man kann wieder was zusammenputzeln. Okay. Okay. 24.000. Sehr schön. Ähm, hm, herstellen. Okay. 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 Dann gehen wir mal weiter. Okay. 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 Single ettin hurt. 1-2-3-5-5-5-5-6-35-5-6-5-5-8-6-5-5-6-5-6-4-5-7-6-7-5-6-7-7-7-5-6-6-6-7-6-7-5-6-5-6.7-6-7s-7-6-6-6-7-6-8-7-4-6-6-5-8-6-7-7-7-U6-6-7-7-7-7-7-7-7-6-2-7-7-7-7-8-5-6-7-7- 7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-9-7-ht0! What the hell? What the hell? What the hell? Ashley Graham, I want to help you! Hmm... Oh, blaue Scheibe. Blaue Scheibe. Ach, das ist doch bestimmt wieder so ein Rätsel oder sowas, oder? Ja... Ach, ja... Hier kommst du ja nicht durch? Ne. Oh nein... Oh nein... Ein kleiner Schlüssel. Davon kriegt man irgendwie viel zu wenig. Finde ich. Was ist das hier? Ah... Ja, da kommt der blaue Wein. Ach, Gerdo. Äh... Rätsel. Hm... Da liegt noch was. Bolzen? Brauch ich nicht. Mp-Munition. Habe ich da die Schublade schon geöffnet? Ne. Ne. Ja. 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 Aufmerksam. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zack, wir haben das. Sehr gut. Moment mal, erstmal gehen wir zur Schublade, oder? Ein gelber Diamant. Den können wir alle Steine entfernen, hinzufügen, da können wir den hier auch wieder einsetzen. Heute gibt es 7.000, wieviel gibt der rote? 3.000 nur, oha. So, 27.000 ist das Ding jetzt wert. Sehr gut. Eben abspeichern. Eben abspeichern. Dann gucken wir mal wo Ashley ist, weil irgendwo hier in der Kirche muss die halt sein. Ashley. Bist du hier? Ashley. Ich bin's Leon. Okay. Okay. Hier kommt mal wieder zu zweit hoch. Ich bin's Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidents... Und wenn ich das hier mit einem organisationdid. Ich bin's Leon. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich knall sie alle weg. Kommt her. Oh, Kapitel beendet. Was sollen wir tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wir kriegen den Bäschen rein. Mein Vater, vertraut mir. Du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Wir gucken mal, wie er weiterkommt. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Oh, okay. 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 Ah. ja du werden sonst schon junge dame ja wir finden schon ein weg erst mal ich will hier alles einsammeln ja 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 hatte doch komm jetzt runter da wie ich deinen arsch hey vertraue mir ja ach guck mal wir sind ja dann weiter kommen was ist baby ist jetzt bei mir positiv die sowiel verschlossene schublade kommen die schlüssel haben man gar nicht wie gesagt es ist gefährlich bleibt dicht bei mir es geht los bleib hinter mir es ist nicht so es nimmt kein ende Ich bin so, ich bin so, ich bin so. echt jetzt so sind die alle erst mal erledigt kann man immer noch speichern gehen so liebe leute dann ist diese folge auch wieder schon vorbei aber wir sehen uns beim nächsten mal okay ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja schaut auf youtube mal vorbei gaming michael.com kommentiert und like meine videos wenn ihr mögt und lasst auch gerne ein abo da das würde mich super super freuen und weiterhelfen ja somit sage ich euch allen einen wunderschönen tag noch und bis zum nächsten mal euer michael